Willkommen zum neuen COD WB2 Event Shamrock and AVE oder AVE ich hab keine Ahnung wie man das genau spricht tut mir leid wenn ich es falsch mache wir gehen heute mal durch was in Operation Kleeblatt und Platt so Neues dazugekommen ist man sieht es hier schon gleich wir haben eine neue Waffe einen neuen Skin und wir fangen einfach direkt mal hier an das ganze Menü ist umgeändert worden man sieht es hier so grün hier unten glitzert irgendwas und wir gehen jetzt einfach erstmal die Sachen hier so durch man hat hier ein bisschen was überarbeitet wir sehen uns das Hauptquartier später nochmal an es gibt da jetzt zum Beispiel einen neuen Skin für die Waffe den haben wir hier man kann jetzt über die Aufträge schon Waffen bekommen wie man hier sieht eine Sten also die haben das System umgearbeitet wir gehen mal in die Sammlung rein wir haben hier im Shamrock and AVE ein MG 81 das ist das neue MG das ist ein MG der Deutschen es wurde zu Abwehr gegen Flugzeuge benutzt und man braucht dafür halt so ein paar Freischaltsachen und in einer M38 ich weiß wenn ich ehrlich bin nicht was das für eine Waffe ist oder aus welchem Hause diese Waffe kommt aber sie ist hübsch wir sehen uns die gleich nochmal genauer an so noch eine Sache die man machen kann ist Kisten mit Credits kaufen wenn jemand Creditsüberschüsse hat kauft euch Kisten so dann gehen wir einfach mal kurz weiter und sehen uns die Waffen hier standardmäßig an wir gehen auf hier mal ein erstes Paket wir haben ein MG das MG 18 wir gucken uns mal diesen Skin an so sieht die Waffe halt ohne großartige richtige Skin Modifizierung aus oft wurde diese Waffe auch in Flugzeugen verbaut dann haben wir hier diesen besagten Skin den wir schon gesehen haben ein Skin den ich sehr sehr schön finde ist der hier und naja das hier ist jetzt auch nicht so meine Lieblingsfarbe aber ist okay ist okay dann haben wir noch eine Maschinenpistole die M38 so sieht sie standardmäßig aus sieht mir aus wie eine Waffe für Piloten wenn sie mal abstürzen damit sie eine Waffe zur Verteidigung haben das ist die besagte Skin Variante sieht ein bisschen mächtiger aus hier ist auch wieder so eine schöne Waffe ja ich sehe es Drive Munition ich weiß nicht welches Land und wahrscheinlich ein französisches MG äh Maschinenpistole aber auch sehr schön gemacht gut was wir noch haben sind ähm wir haben hier Spezialhelme einen zum Grünhut es gibt dann hier eine Visitenkarte und ein Emblem gut des Weiteren gibt es auch noch ein paar neue andere Sachen die hinzugefügt wurden ich gehe da jetzt mal ganz kurz so rein drauf ein so Talismänner für die Waffen sehr interessante Sachen gibt es auf jeden Fall auch hier Shamrock Event Sachen und ich glaube es wurde eine riesige Menge an neuen Fahnenkreuzen wie man hier auch sieht das wird man jetzt wahrscheinlich schon ordentlich sehen neue Fahnenkreuze gibt es und natürlich das hier sind die alten das sind die neuen wir haben allerhand neues Stuff und wir haben auch neue Tarnungen einmal die sieht man jetzt hier nicht aber einmal Event Tarnungen liegt das daran dass die Waffe jetzt einen Skin hat oder warte mal ne also das sind die alten Tarnungen das sind die neuen Tarnungen und das sind die Event Tarnungen das sind auch noch Sachen die hinzugefügt wurden sowohl auch für die Pistolen als auch Nahkampfwaffen so dann wurde auch noch ein bisschen was anderes hinzugefügt einmal hier oben steht zwar Team Deathmatch aber das ist die Kobold Jagd da spawnt in einer Runde so 3-4 Kobolde und wenn man die tötet dann gibt es ein paar Sachen ich hab jetzt bis jetzt 2 Kobolde erledigt hab aber dafür glaube ich noch nichts bekommen ich weiß nicht wie genau das funktioniert wie man was bekommt das werde ich vielleicht nochmal rausfinden ich weiß es nicht genau wenn ihr wisst wie man durch die Kobolde was bekommt oder wenn man ihn getötet hat ob man irgendwas einsammeln muss das könnt ihr mir gerne sagen weil ich bin ehrlich ich hab sie getötet und es waren so viele Leute rumherum ich weiß nicht wenn er was getroppt hat könnte es auch andere eingesammelt haben und lasst mir doch ne Information da wenn ihr wisst wie das System genau funktioniert denn haben wir eine neue Map die ihr im gestrigen Video wahrscheinlich schon gesehen habt Shipment 1944 eine kleine Containermap aus COD4 ich hab eine Runde suchen und zerstören ordentlich drauf gespielt andere Runden hab ich auch noch gespielt die war nicht so schön aber es ist ne sehr nette Abwechslungsmap mal so zwischendurch aktuell haben nur Season Pass Besitzer diese aber sie wird auch für alle Spieler am 16.3. frei erhältlich sein das heißt also jeder wird dieses spielen zu den Partyspielen in Requisitenjagd wurde Propound jetzt für die DLCs mit eingeführt für die DLCs Map DLC Maps das würde für mich bedeuten für Resistance Maps ich weiß nicht ob für Shipment aber auf jeden Fall 100% für die Resistance DLC 1 Maps dann gibt's noch eine Sache die geändert wurde dafür gehen wir zu den Vorratslieferungen aber wir nehmen uns einen anderen Hintergrund dafür ich möchte gerne hier sein einfach die Vorratslieferungen wurden überarbeitet simpel gesagt es sollen keine Pistolengriffe mehr in den Lootboxen reinkommen ich weiß nicht ob die alten entfernt wurden ich glaub nicht aber es sollen keine neuen Pistolengriffe reinkommen und die Rate von Duplikates soll verringert worden sein die Rate von Duplikates dass du Duplikate bekommst ist verringert es sollen mehr ähm wie soll ich sagen es sollen mehr ja es sollen mehr Sachen kommen die du noch nicht hast es sollen mehr Waffenvarianten drin sein mehr Tarnung du sollst mehr Stuff bekommen was du vorher noch nicht hattest und dafür wurde die Rate von Duplikates verringert Pistolengriffe werden da nicht mehr hinzugefügt es soll nur noch Stuff reinkommen was auch Spieler wirklich möchten und die haben dadurch wirklich auf die Community gehört wir sagten wir wollen das und das nicht und voila es hat zwar sehr lange gedauert bis damit rausgerückt wurde was jetzt gemacht wird aber nach ungefähr einem Monat können wir glücklich sein dass Duplikates verringert wurden wir sollen jetzt eine größere Chance auf Waffentarnung bekommen oder auch auf Waffenskins oder halt auch auf Talismänner nenne ich jetzt mal diese Waffenanhänger die wir ja hier gerade schon gesehen haben Waffenthalisman solche Sachen sollen da jetzt rauskommen und halt weniger Duplikates was ich irgendwie sehr angenehm finde weil ich muss ehrlich sagen das ist irgendwie eine coole Idee und ich finde es schön dass sie da auf diese Community auch ein bisschen gehört haben was wir möchten ich gucke mal kurz es soll ja jetzt auch eventtechnisch neue Kleidung geben ist mir bis jetzt aber leider nicht aufgefallen auf jeden Fall noch nichts gefunden vielleicht habe ich mich auch einfach nur verlesen auf jeden Fall wir haben auch hierfür hierfür haben wir Waffenthalismänner kann ich aber nicht ausrüsten ne Waffenthalismänner können nicht an Pistolen oder Werfer ok da können wir sie nicht ran machen aber wir haben hier auch die verschiedenen Tarnungen die wir in der Theorie hier rauf machen könnten die neuen und halt Pistolengriffe gehen aktuell noch nicht da ist ein kleiner Bug der wird aber bald mit einem Hotfix wahrscheinlich gepatcht und man sieht hier auch schon ein paar kleine Neuigkeiten Neuerungen hier sind hier auch so das wären dann erstmal so die grundlegenden Änderungen also das Loot System wurde überarbeitet damit es nicht mehr frustrierend ist das neue Event mit den neuen Sachen ein riesiges Update für Waffen mit Tarnungen und so kleine Anhänger für die Waffen oder neue Scroves brauchen wir zwar nicht aber es ist immer nett sowas zu haben neue Waffen an sich neue Skins für manche Waffen Propon wurde angepasst und neue Map also alles was man so gebrauchen kann